Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Really play Super Meat Boy Ich musste grad den Teil mal kurz suchen Ich hab mir immer schnell ne Workthrough angeguckt Wie man hört, Jörg ist immer noch dabei Jo, hallo? Ähm, ich hätte nicht gedacht dass der Sprung möglich ist, aber... Der Sprung ist möglich! Ich hab's beim ersten Mal geschafft, Alter. Bin ich gut. Nein, nein! Oh, Mann, ich hab's nicht beim ersten Mal geschafft. Hurensohn-Spiel, Alter. Hurensohn. Denkt was? Nichts, nichts. Oh, okay. Ich hasse es. Komm, ich will nur noch heute dieses Spiel spielen. Ich will dann keine zwei Wochen... Nein! Noch dran hochladen, Alter. Wir reagieren einfach überhaupt nicht mehr auf die Leertaste. Dummes Stück Scheiße. Du bist kein Klumpen, Matt. Du bist ein Klumpen... Scheiße! Dreckiger Hurensohn! Was soll ich da für jetzt sagen? Gar nichts. Bisschen warm. Okay. Nein! Ich schwöre dir. Dieses Spiel macht mich psychisch krank. Kann passieren. Könntest du sicherlich mal bei YouTube gucken. Ich glaube, da wird sicherlich ein paar Videos geben, wie einer ausrastet. Deswegen... Kenn ich. Ich schwöre. Was? Wie soll man denn hier genau? Ist klar, ne? Oh, ja. Ich freue mich auch gerade, bis der das erste Mal hier die Hölle lädt. So ein Hurensohn-Spiel ist das, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie der es in drei Versuchen geschafft hat, eben wie heute. Also, bei dem ich das Workthrough geguckt habe, der hat das einfach so in drei Versuchen gemacht. Also, bist du jetzt im letzten Level sozusagen, oder was? Ja, glaube. Im letzten oder im vorletzen? Aber ich glaube, im letzten. Drei hatte ich geschafft, zwei waren noch zu machen. Ja, müsste das letzte Level sein. Und dann kommt der Boss von dieser Stage. Und dann müsste noch der Boss-Gegner kommen. Ja, ähm, ja. Also, dann müsste noch Dr. Fetus als Endgegner kommen. Dr. Fetus. Ja. Ja, äh. Never. Danke. Mal lebt. Ja, gib dem Spiel doch einfach mehr als 8 GB Arbeitssprecher. Gib ihm doch 12. Ich möchte nachher mal meine Total-Die-Rate haben, Alter. Die muss so enorm hoch sein. Ja, gut. Klappt das, klappt das, klappt das? Nein, es klappt nicht. Okay. Wenn ich die Stage in dem Level nicht schaffe, schneide ich den Part komplett raus. Dann wird der irgendwann mal hinterhergeklatscht als Special. Jo. Was bringt das, wenn du so viel Part hast, würde immer nur... An einem Level hängen sie euch. Ich hatte bisher noch keinen Part, in dem ich kein Level geschafft habe. Ich habe immer mindestens... So bei manchen Sachen. Ich meine, manchmal... Ja. Manchmal ist das aufregend lustiger als das ganze Spiel, klar, aber... Äh. Ja, es ist halt immer so die Frage, ob es sich wirklich... Woher lohnt. Wie gesagt, wird vielleicht mal als Special Part oder als Abo-Special sowas released, aber... Ich habe ja noch genug Fails, die ich irgendwie verarbeiten kann. Ich kann dir nicht vorstellen. Ich habe einen ganzen Ordner nur mit irgendwelchen fehlerhaften Aufnahmen, mit irgendwelchen... ...intros, die überhaupt nicht stimmen. Okay. Oha. Ich glaube, allein das von Minecraft Megamine müsste größer sein als... ...das Cry of Fear Let's Play. Die ganzen Fails bei Minecraft Megamine. Ja gut. Mein Kostas habe ich mir letztes Jahr mal wieder angeguckt, ne? Wieso das denn? Weißt du nicht? Oh. Du musst mal wieder sehen, ne? War ja lustige Zeit, ne? Das stimmt schon. Ja, ich hatte nichts zu tun, denn... Das war eine echt lustige Zeit. Ich habe nie gedacht. Na! Boah, zwischendurch nicht leicht zu gucken, weil du, naja, zwischendurch mal diese Spacks hattest. Was für Spacks? Und das Bild auf einmal in Dauern plackerte und so. Ah, ja. Ah, ja. Die Spacks meinst du. Ah, du weißt, wo ich irgendwie... ...sechs oder sieben Parts der Aufnahme komplett zerschossen habe. Genau. Das war natürlich dann irgendwoher... ...nicht ganz so das... ...tollste. Nee, hat einen Augenkrebs verursacht, auf drei verschiedene Arten oder so, aber... Ne? Na. Kann man sehen. Oder was lasst... Wollte ich jetzt nicht so hart sagen. Mein Gott, wo ist denn diese scheißen Map hier, ey? Ich hasse es. Ja, Option. Ah! Control. M vielleicht einfach? Ja, wenn das so einfach wäre, wenn ich nicht so viel mobs hier irgendwo bin. Äh... Ah! Wie soll ich schüttern? Nein, ist das nicht dein Ernst? Ich bin gerade dreimal an der gleichen Stelle runtergefallen. Und immer genau auf den gleichen Block wiedergekommen. Das ist doch super. Nein. Aber kann man ja zufrieden sein. Hallo? Ja, nee. Nach rechts lenken ist es überbewertet und springt nur noch. Boah, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Oh, ja. Ich hasse es, ich hasse die unübersichtige Konfiguration von Minecraft Mob Packs. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Ich schätze mal auch nicht. Sind ja noch vier Wochen. Ich weiß was da. Alter. Und das war doch irgendeine letzte. 4, 2, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Ja! Ha! Ha! Oh, ne. Hallo? Nein! Nein, setzt bitte keine Checkpoints, Meat Boy. Checkpoints wären viel zu okay. Fände ich aber nicht gut. Fändes auch nicht gut. Wenn es Checkpoints gäbe, dann wäre das Spiel viel zu einfach. Ach so, dieses Spiel. Ich komme hier noch nie wieder so hoch. Sag ich doch! Okay, Freunde. Wir sehen uns, wenn ich da oben bin. Tschüss. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nein. Oh, ja. Geil. Wieder da. Was jetzt? Ich sag Schleichwerbung von Feinzen in deinem Netz. Äh, habe ich nicht mit aufgenommen. Ja. Ich nehme es jetzt gerade wieder mit auf. Nein. Okay, jetzt wieder nicht. Europka. Ähm. Ja! Ja! Ja, ja, ja. Komm. Jetzt nicht sterben, du Hurensohn. Hast du es geschafft? Nee, noch. Nein! Ho, 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 ho. Jo. Ich renne jetzt nicht wieder direkt runter, ähm, sondern versuche auch mal... Oh, Gott! Lags. Ja! Und jetzt muss ich nur noch diesen Hurensohn-Schlüssel da oben kriegen, Alter. Boah, ja, ja, ja. Nein! Ich bin übrigens dabei. Hi. Ja, er ist jetzt übrigens dabei für Jörg und wir sehen uns gleich wieder. Nee, ich möchte nicht. Ähm. Ich habe 49 FPS flüssig und es laggt. Also. Was ist das Problem? Es laggt so, dass ich Kopfschlöten kriege. Ähm. Kleine Info vorab. Ich cutte jetzt einfach die ganze Scheiße und mache die auf Speed oder sowas. Höh, Speed. Ähm. Weil das irgendwie lustiger ist. Und ich hoffe, man hört den Film im Hintergrund nicht. Ich habe meinen Schrank zerschlagen, der neben mir steht. Warum? Weil ich mich so über den aufrege. So kaputt sah der gar nicht aus. Oh. Ich bin komplett behindert. Ja, ein Aggressionsproblem habe ich. Das ist durchaus richtig. Wir kam früh. Ja, ich weiß. Verdammt. Nein, du. Boah, das kam aber extrem verspätet. Ähm, ich bin gerade dabei. Ja, ich war gerade beschäftigt. 30 Prozent. Äh, 65 ist für morgen, ne? Dass man total Krebs von diesen Augen, äh, Krebs von diesen Augen kriegt. Genau. Also, wenn man ein bisschen länger drauf guckt, würde ich... Kann am Game... Kommt... Warte mal. Ah! Hab den Computer... Hab den Bildschirm gerade mal auf Game umgestellt. Mein Computer hat ja einen Game-Mode sozusagen. Hat vielleicht einfach irgendwer eine Leiche gefunden? Oder hast du die immer schön verpackt? Nee, die... Die sehen die keine. Also, die standen einfach nur rum. Da waren gerade fünf Leute oder so. Und ich hab die halt niedergeschossen. Trotzdem war die Polizei dann noch, äh, alarmiert. Vielleicht solltest du einfach gar nicht schießen. Die Mission ist eigentlich dafür ausgedacht, dass du da einfach laut reinläufst, alles kaputt springst, dann die Waffen rausholst. Und ich versuche das gerade zu machen, dass ich die Waffen, die die eigentlich gewachen sollten, alle komplett leise ausschalte. Guck nach! In acht Pass kann man das Spiel durchspielen, wenn das 20... Wie... 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 wie lang war die Fahrt? Acht Minuten! Das Spiel kann ja nicht durchspielen, acht Minuten! Halt nur die Oberwelt, ne? Also, soweit ich weiß. Ja, das ist trotzdem komplett unmöglich. Äh, der Rekord beim Meatball liegt mit allem, äh, was du so cheaten kannst, sozusagen. Bei sechs Minuten oder so, ne? Oh, ja! Hm, ja, schon geil! Wie soll ich das machen? Wie? Wie...